Ja und deshalb begrüße ich den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, den Herrn Baden. Herzlich willkommen. Guten Tag Herr Baden. Guten Tag Herr Obitz. Der Konjunkturbericht der Handwerkskammer Koblenz liegt vor und Ostern ist rum. Aber ich müsste so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht des Hauptgeschäftsführers sehen, denn der ist durchweg positiv. Stimmt. Die Ostergaben, die in den Nestern der Handwerker hier in der Rektion Koblenz gelegen haben, waren nicht nur bunt, sondern wie das im Handwerk üblich ist, sie hatten sogar eine goldene Farbe der Handwerkskonjunktur. In unserem Raum geht es nach den Erhebungen, die wir bei über 2000 Betrieben gemacht haben, im Moment überaus gut. Es gibt weder Ausreißer nach unten, noch gibt es regionale besondere negative Bemerkungen. Also wir sind überaus zufrieden. Wir haben sogar noch bessere Werte als vor einem Jahr. Ja. Vielleicht diejenigen, die zu Hause jetzt vor dem Bildschirm sitzen und so einen Konjunkturbericht nicht kennen, der sagt also aus, was gewesen ist. Er bringt aber auch einen Blick in die Zukunft. Und da sprechen wir bei Statistiken immer von Trends. Wie sieht der Trend aus? Auch der Trend und die Erwartungen, die das Handwerk an die nächsten Monate knüpft, sind noch besser als vor einem Jahr. Ja. Damals war es auch gut. Aber jetzt müssen wir wirklich von außergewöhnlich guten Erwartungen sprechen, die untermauert sind, auch durch die guten Ergebnisse, die das Handwerk in den vergangenen Monaten hatte. Dabei spielt natürlich eine Rolle, dass wir in Koblenz nahezu keinen Winter hatten. Wir hatten keinen Schnee, wir hatten keinen extremen Frost. Das hat die Handwerker, die im Freien arbeiten müssen, begünstigt. Dachdeckerbetriebe konnten weiterarbeiten, haben ihre Leute aus der Winterzeit wieder zurückgerufen in die Betriebe, um die Aufträge, die sich ja angestaut hatten, abzuarbeiten. Beim Handwerk, und damit sind wir beim anderen Thema, ist man sehr gut aufgehoben. Es gibt ja den Satz, Handwerk hat goldenen Boden, was sicherlich auch daher rührt, dass es dort eine sehr gute Ausbildung gibt, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gibt bis hin zum Studium. Und damit spreche ich den Meisterbrief an, der jetzt vielleicht ein bisschen, nicht in Gefahr, aber ein bisschen besprochen wird, und zwar in der EU. Es geht um die Berufsneuregelungsdebatte in der EU. Wie stellt sich Ihnen dieser Sachstand dar? Wir hören allenthalben bis nach Amerika, dass man die deutsche duale Ausbildung und das dahinterstehende System schätzt, respektiert. Es ist aber vielfach von einer gewissen Unkenntnis geprägt, denn das duale System stützt sich ja auf drei Säulen. Den Betrieb, die Berufsschule und die überbetrieblichen Ausbildungsstätten der Handwerkskammer. Diese drei Säulen produzieren natürlich eine hohe Ausbildungsqualität, die wiederum es erst ermöglicht, dass es dem deutschen Handwerk so gut geht, denn der Kunde will ja nur dann eine Leistung bezahlen, wenn sie qualitätvoll ist. Ist sie mangelhaft? Zahlt er nicht oder er verklagt den Handwerker? Wenn man aber gute Qualität abliefern will, muss man gute Ausbildung haben. Es nutzt also dem deutschen Handwerk nichts, wenn man weltweit erklärt, der Meisterbrief ist eine tolle Sache, sondern man muss die dahinterliegende Qualität des Meisterbriefes und der damit verbundenen Ausbildung und die Qualität der daraus resultierenden Werkleistung begutachten. Das deutsche Rechtssystem kennt ja auch die Mängelhaftung und wenn ich etwas schlecht mache, muss ich eben dem Kunden dafür gerade stehen. Und das gilt es zu erhalten. Das heißt, wir kämpfen nicht nur für den Meisterbrief als verbrieftes Qualitätssiegel, sondern wir kämpfen auch für den Erhalt der dahinterstehenden Ausbildung. Und was die Europäische Union eigentlich erwartet, ist, dass wir zwar in Deutschland, wenn wir möchten, den Meisterbrief weiter erhalten, quasi so wie die Akademiker promovieren können, das ist aber nicht notwendig für die Ausübung des Berufes. Sie hätten gerne, dass wir die Ausbildungsqualität, den Ausbildungslevel nach unten regulieren und damit den Menschen, die aus der Europäischen Union, aus den Randgebieten, gerne in das Zentrum der Europäischen Union kommen würden, dass wir denen den Einstieg in eine berufliche, handwerkliche Selbstständigkeit dadurch erleichtern würden. Wir halten das für kontraproduktiv, denn es kann nicht sein, dass jemand, der in einem osteuropäischen Land eine einfache Tätigkeit am Bau verrichtet hat, damit nach Deutschland kommen kann und hier sagen kann, ich möchte gerne mich als Maurer selbstständig machen. An die Tätigkeit eines Maurers sind viel mehr Wissensmerkmale geknüpft. Oder es kommt ein, nicht nur osteuropäischer, sondern kommt ein westeuropäischer, ich sage jetzt mal, Krabbenfischer aus Südportugal hierher und möchte sich hier als Elektriker selbstständig betätigen, weil er auf seinem Kutter die Beleuchtung selbst installiert hat, dann ist das nicht ausreichend, um zu sagen, dessen elektronisches Wissen ist gleichwertig mit einem Meister des Elektroinschilateurhandwerks. Und das wollen wir erhalten und dafür kämpfen wir. Und wenn es jetzt in der öffentlichen Diskussion immer wieder von den Politikern beschwichtigend gesagt wird, ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der Meisterbrief bleibt erhalten, dann ist das nur die halbe Wahrheit, denn wir wollen nicht nur den Meisterbrief behalten für uns Deutsche, wir wollen, dass die, die zu uns kommen und auf dem Handwerksmarkt arbeiten wollen, auch die gleiche Qualifikation haben und darum geht es, dass ein Mensch, der aus zum Beispiel der Türkei kommt und dort hervorragend Haare geschnitten hat, junge Menschen ausgebildet hat, darüber Nachweise bringt, Qualitätsmerkmale bringt, möglicherweise gleichwertig sein kann mit einem deutschen Friseurmeister, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja, oder dass jemand, der in Sevilla Kathedralen gebaut hat, dass der einem deutschen Handwerksmeister im Baubereich gleichwertig sein kann, möchte ich nicht in Abrede stellen, aber er soll es bitte nachweisen. Und um diese Nachweismerkmale geht es im deutschen Handwerk. Mit den entsprechenden Nachweisen ist ja eine Nachqualifizierung auch, denke ich, hier auf Standard des Meisterbriefes jederzeit möglich. Wie gehen Sie denn damit um, dass es auch Parlamentarier, EU-Parlamentarier aus unserem Sendegebiet gibt, die da Beschlichtigend oder Entwarnung geben? Wir fahren mit Delegationen nach Brüssel. Wir haben, das deutsche Handwerk hat in Brüssel auch ein Verbindungsbüro, das zu den einzelnen Kommissionen die Verbindung hält. Wir kämpfen auch in der Öffentlichkeit dafür, dass die Parlamentarier erkennen, es geht nicht nur um den Erhalt des Meisterbriefes, es geht um den Erhalt der dahinterstehenden Qualifikationen und damit den Prüfungsanforderungen. Darum geht es uns. Wir bleiben mal in Europa, denn da haben wir seit mehr als einem Jahr ein Projekt, in dem spanische Menschen, Jugendliche, wollte ich sagen, zu uns kommen, hier in den Handwerkskammerbezirk der Handwerkskammer Koblenz und eine tolle Ausbildung genießen. Wir hatten vor einem Jahr den spanischen Botschafter hier ein, denke ich, Projekt, das auch über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt hat. Jetzt geht es weiter. Neue Spanier kommen, es sind, glaube ich, auch schon die ersten Lehrverträge unterschrieben. Ja, wir haben auch für die kommende Ausbildungsperiode wieder junge Menschen aus Valencia, konkret gesprochen, gewinnen können, ihre Ausbildung hier in Deutschland zu beginnen. Die waren in den letzten Wochen und Monaten hier, um ein Praktikum in ihrem ausgewählten Betrieb zu machen. Der eine oder andere Lehrherr war von den jungen Leuten so angetan, dass er schon jetzt sofort, schon zu Beginn des Praktikums, einen Lehrvertrag mit denen unterschrieben hat. Hier in Koblenz, Kleins Backstiefchen, der ist ja immerhin der Lehrlingswart unserer Innung, ein hoher Ehrenamtsträger im Bäckerhandwerk, hat einen so tollen Fang gemacht, muss man ja sagen, mit dem Jugendlichen, dass er sich sofort entschlossen hat, dem einen Lehrvertrag zu geben. Das beweist, dass meine Mitarbeiter bei der Zusammenarbeit mit der spanischen Berufsschule in Valencia herausragend gute Arbeit gemacht haben, gute Vorleistungen gebracht haben, dafür gesorgt haben, dass auch nicht nur willige, sondern auch kompetente junge Leute hierher kommen. Das Feld ist bereitet. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 20 junge Spanier hier willkommen heißen können. Diesmal haben wir uns vorgenommen, dass wir sie dem Ernährungshandwerk, also Bäcker- und Fleischerhandwerk, zuführen wollen, weil wir glauben, dass dort der Nachwuchs oder die Nachwuchsnot am größten ist. Und wir sind auch dankbar, dass uns die Arbeitsagentur in Koblenz und auch Südwest, also Frau Moors und Frau Schulz, hier wirklich vorbildlich unterstützen. Und wenn Kritik an diesem sogenannten MobiPro-Programm der Bundesregierung, der Bundesregierung, also Frau Nahles geübt wird, dann können wir das nur zurückweisen. Wenn solche Projekte sorgfältig vorbereitet sind, dann ist das Geld für die jungen Leute auch da. Wenn man die allerdings hierher einlädt, ohne vorher die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, dann kann es sein, dass der eine oder andere hier strandet, so wie das in Norddeutschland eben passiert ist. Das heißt für mich aber, dass die Verantwortlichen nicht sorgfältig vorbereitet und geplant haben, denn ich lade meine Oma auch nicht zum Essen ein und sage nach dem Essen, Omi, ich habe das Portemonnaie vergessen. Ja, wir durften ja auch im letzten Jahr einige junge Menschen aus Spanien begleiten. Wir haben es gezeigt, auch in HBK-TV, Sie waren hier bei uns im Studio. Das ist schon etwas, wo man den Menschen auch angesehen hat, diesen jungen Menschen, die in Spanien auch wenig Perspektive haben, weil wir dort eben auch von hoher Jugendarbeitslosigkeit ja nicht nur bedroht, sondern betroffen sind, dass diese Menschen hier sehr, sehr glücklich waren. Auch das Koblenzer Klima mit Valencia ist ja nicht immer so vergleichbar. Ist es eine große Umgewöhnung? Wie ist Ihre Erfahrung? Also das Klima spielt scheinbar gar keine Rolle. Der eine oder andere Jugendliche aus Spanien hat sogar gesagt, er sei froh, hier in Koblenz arbeiten zu dürfen. Hier sei es nicht so heiß wie im Sommer in Spanien. Aber Koblenz hat ja sowieso ein mildes Klima. Wir sind ja hier mitten in einem herausragenden Weinanbaugebiet. Ich denke jetzt mal an die Mosel, an den Rhein. Da gibt es ja sowieso keinen Winter. Wir hatten dieses Jahr auch keine Sorgen mit Schnee. Das Klima ist also für die jungen Leute kein Problem. Ich glaube aber, dass es trotzdem für die jungen Leute schon eine große Entscheidung ist, ihre Lebensumstände in der Heimat, in Valencia, immerhin Kulturhauptstadt Europas gewesen vor ein paar Jahren, eine wunderschöne Stadt, das alles aufzugeben und hier nach Koblenz zu kommen. Wobei man ja auch sagen muss, nicht alle arbeiten in Koblenz. Es gibt ja um Koblenz herum auch noch eine größere Region, die sich nicht direkt mit einer Weltstadt wie Valencia vergleichen kann. Und wenn man dann sieht, dass die jungen Leute das trotzdem auf sich nehmen, kann man nur den Hut ziehen und sagen Respekt, Respekt davor. Und wir hoffen, dass die jungen Leute alle mit Erfolg ihre Ausbildung absolvieren können. Wir betreuen sie so, dass wir denken, wir können auch kleinere Probleme damit lösen. Und am Ende hoffen wir, dass da mit dem Handwerk in unserer Region die Nachwuchssorge etwas gemildert ist. Und wenn der eine oder andere mit unserer Ausbildung zurück nach Spanien geht, umso besser, dann nimmt er unser Gedankengut an der dualen Ausbildung mit nach Hause und er kann dort persönlich am eigenen Leib erklären, warum das gut ist. Vielleicht kommen dann auch die spanischen Europaabgeordneten auf die Idee zu sagen, hoppla, das ist ja nicht wirklich nur der Meisterbrief, sondern die Ausbildung ist hinten dran. Und wenn man sieht, dass in diesem Jahr 9000 junge Menschen aus den südeuropäischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, dann ist das eine Abstimmung mit Füßen für das deutsche Ausbildungssystem. Die jungen Leute sind vielleicht sogar schlauer wie die Politiker in Straßburg. Ja, eine wahre Erfolgsgeschichte. Wir kommen aus Europa mal zurück in unseren Handwerkskammerbezirk, bleiben aber bei jungen Menschen. Und deshalb die abschließende Frage, Sie haben das Stichwort schon gegeben, Nachwuchsgewinnung. Wir sind so im Endspurt des letzten Teil des Schuljahres, dann kommen die Sommerferien und dann beginnt für viele eigentlich der Einstieg in die Berufswelt. Und da die Frage für diejenigen, die etwas spät dran sind, gibt es denn noch Ausbildungsplätze hier in der Region im Handwerk? Ja, es gibt in dieser Region noch einige hundert freie Ausbildungsplätze. Und wenn jemand einen Ausbildungsplatz noch sucht, dann soll er sich an die Handwerkskammer wenden. Wir haben Ausbildungsberater, die für jeden einen geeigneten Ausbildungsplatz suchen oder schon haben und ihn dorthin vermitteln können. Insoweit bin ich dem TV Mittelrhein natürlich dankbar, wenn er dieses Thema aufgreift und durch seine Sender und Ausstrahlungen auch den Menschen weiter vermittelt. Herzlichen Dank dafür. Das machen wir sehr gerne, unter anderem Handwerkskammer TV hier jeden Mittwoch bei uns im Programm bei TV Mittelrhein und WWTV. Alle weiteren Informationen gibt es jetzt eingeblendet unten. Sie sehen die Internetadressen. Sie können gerne, wie der Herr Baden sagt, auch bei der Handwerkskammer Koblenz anrufen. Dort gibt es weitere Informationen. Und wir geben jetzt zurück ins Studio, denn Sie wissen ja, Nachrichten immer um voll und um halb. Und wir geben jetzt zurück ins Studio, denn Sie sehen ja, Nachrichten immer um voll und um halb.